Hallo Internet! Johannes Hartl ist heute zu Gast in der Mondscheinshow und er hat sich bereit erklärt, mein absolutes Lieblingslied von ihm zu spielen. Nur seine Stimme und das Klavier. Hier ist Johannes Hartl mit Noch nie. Wann kommt der Morgen? Geht die Nacht? Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand, vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwende ich für. Ein Blick von dir, den Blick von dir. Und alle Reichtum ist wie Sand, vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir. Freund bist du mir. Freund bist du mir. Freund bist du mir. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir. 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 Vielen Dank.